Einen Nationalpark retten? Auf unfaire Situationen aufmerksam machen? Im Spiel Challenge Accepted ist alles möglich. Die Spielenden stellen sich Challenge-Karten und entwickeln auf kreative Art und Weise Lösungen für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Jeweils die beste Idee gewinnt. Mit Fähigkeitskarten und dem eigenen Einfallsreichtum wird so eine Challenge nach der anderen gelöst. Das Spiel gewinnt das Team mit den meisten Spielchips am Spielfeld. Doch erst am Ende wird aufgelöst, wer mit wem in einem Team gespielt hat. Findet auch ihr die besten Antworten für die Challenges der heutigen Zeit mit Challenge Accepted.